Seid ihr herzlich willkommen, Channeling aus der Bibel. Ich öffne sofort dieses Buch, weil ich bin auch neugierig, was die aktuelle Botschaft ist. Es geht weiter. Du machst weitere Schritte. Dein Wunsch geht zum Erfüllung. Du wirst handeln und du merkst selbst, es geht alles. Jemand ist gegen dich. Das ist ungerecht, aber nicht damit beschäftigen. Lass nicht zu, dass jemand mit dir Krieg führt. Ich habe die Lösung. Ich führe keinen Krieg. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch die Botschaft aus der Bibel.